Ja, was denn? Hi, ich wollte nur fragen, hast du zufällig einen Hasen verloren? Was ist denn für ein Böderspruch? Du bist nicht mädchenhaft, du isst kein Hegendass Jeder Junge deiner alten Klasse sitzt im Tegelknass Du hast ne große Klappe, du stiftest alle an Trägst deine selbstgefärbten Haare in nem Rattenschwanz Du bist nicht stinknormal, du bist linksradikal Du trinkst nicht zahl, du bist Berliner Original Du bist Tickly-Punk, du bist ne Skater-Asse Du trinkst Papas abgefuckte Lederjacke Mädchen in der Szene essen wenig bis nichts Haben alle lange Haare und ein edles Gesicht Doch du schneidest die Massen, du scheißt auf die Affen Ich bin die Königin von Kreuzberg Die Mädchen in der Szene sind so individuell Dass sie wieder alle gleich sind In diesem Duell bist du der Pini gegen die Chihuahua Du kriegst nie Prada Ich bin die Königin von Kreuzberg Ja, 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 ja Noch eine Frage Hatten wir irgendwie so'n Moment? Ich meine, was? Ich bin die Königin von Kreuzberg